Yo, hallo Leute. Mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und wie wirklich schon am Ende der letzten Folge erwähnt hatte, es scheint ein großer Tag zu werden. Denn wie es aussieht, steht uns möglicherweise das Finale bevor. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge werden wird. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Mh, Klappe. Ähm, aber was jetzt abgehen wird, das werden wir jetzt rausfinden und ich persönlich bin genauso gespannt wie ihr. Von daher, los geht's. Al-Mualim hat uns auf jeden Fall einiges zu beantworten. Und ich hoffe, Al-Mualim hat gute Antworten parat. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualim, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Was hat Al-Mualim getan? Was mit dem Kerl hier passiert? Warum ist er so bekloppt? Alles gut bei dir? Es wird geläutert. Ein neuer Anfang. Was? Ein neuer Anfang? Was ist hier los? Ich befürchte, dass er dieses Artefakt eingesetzt hat, oder? Diesen Edenapfel. Was hat er sonst getan haben? Wir wissen auf jeden Fall, dass das Ding große Mächte besitzt. Aber mehr auch nicht. Mehr wissen wir wirklich nicht. Und wir sollten schleunigst rausfinden, was dieses Ding wirklich kann. Wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen mit Al-Mualim reden. Oh, bitte hab antworten, Opa. Bitte, bitte, bitte. Nein, ihr stellt euch mir nicht in den Weg, oder? Bitte tut's nicht. Ihr seid meine Brüder. Ich will euch nicht töten. Nein. Versucht's gar nicht. Oder? Lasst den... Sie versuchen's wirklich. So ein Scheiß. Ihr seid meine Brüder, verdammt. Ihr habt keine Chance gegen mich, das wisst ihr. Ich meine, ihr habt ähnliche Techniken wie ich, das weiß ich. Aber ihr habt keine Chance. Vertraut mir. Okay, gut. Das waren jetzt ein paar gute Treffer, aber das wiederum nicht, hm? Seht ihr? Schon ist einer von euch tot. Und seht ihr? Schon ist ein zweiter von euch tot. Brüder, wacht auf! Selbst der nahende Tod scheint euch nicht davon abzubringen. Was muss denn noch passieren? Okay, ich muss zugeben, ihr seid schnell, aber nicht schnell genug. Ich bin euch einfach über. Komplett über. Merkt es, bitte. Seht es ein. Ach ja, mein Gott. Dann haut ihr mir halt mal auf die Nase. Na, und? Im Endeffekt seid ihr eh dran. Ah, ah. So nicht. Siehste? Jetzt gibt's noch einen oben drauf. Jetzt kommt noch der letzte. Und das war's. Nein! Brüder! Kommt doch zu Sinnen! Oh, okay. Das waren ein paar gar nicht so üble Treffer. Muss ich ja lassen. Nein, 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 nein. Das hat nicht hingehauen. Verdammt. Das sind ein paar ziemlich viele, aber... Verdammt, muss das denn sein? Muss ich jetzt eigenhändig unsere Gilde auslöschen hier quasi, oder was? Was ist das Ziel? Die ganzen guten Assassinen. Wieso verheizen an mir? Euch ist doch klar, dass ich sowieso durchkomme. Ich bin der Beste. Aber dann gut. Ah, habt ihr's eingesehen? Aber wieso? Wieso auf einmal? Wow, verdammt. Mal... Hier oben! Ja! Malik! Malik hat's gesehen! Malik weiß Bescheid! Gott sei Dank! Malik weiß, was... was Al-Mualem treibt. Ihr habt eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja. Ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebeten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, würde auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Wollen wir es hoffen. Wow, Malik ist mittlerweile echt ein guter Freund geworden. Und einen treuer Freund vor allem. Okay. Irgendwie müssen wir uns jetzt da durchkämpfen. Irgendwie müssen wir jetzt bis zu ihm hinkommen. Fragte ich nur, wie das vonstatten gehen soll. Einfach hier durchmarschieren, wird wohl kaum gehen, oder? Nein, also ich sehe da hinten schon welche, aber... Wo soll ich denn sonst erstmal nach... Okay, ich glaube, ich musste hier rein. Da oben ist die ganze... Das ganze Dorf ist dort oben. Okay. Unheimlich. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Was? Wie soll ich das denn anstellen? Und alle... Schauen die mich alle an? Nein, die schauen alle... Woanders hin. Ich stoße euch nur ganz leicht beiseite, Freunde. Ganz ruhig. Schnell, nach hinten. Und nun? Ha. Ich hätte es mir denken können. Na gut, Almuda-Lieben. Oh Gott. Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, Alter, ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unknug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist. Kommt. Vernichtet ihn, Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Scheiße. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Die sind doch tot. Wie kann das sein? Oh mein Gott. Aber das ging aber viel zu leicht. Die gibt es doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Das ist falsch. Die sind tot. Und dieses Gerät erzeugt diese Dinger. Dieser Apfel. Ich weiß, dass ihr tot seid. Deswegen lasst ihr euch auch so leicht töten. Nur, was soll das? Trugbilder. Seht ihr, sobald sie fallen und tot sind, sehe ich, dass es ganz normale Männer sind. Und nicht die, der meiner getöteten, bisherigen getöteten. Und jetzt? Was zum... Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überliegt. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Wer weiß das? Was sollte ich fürchten? Sieht nur, über welche Macht ich verfüge. Oh, shit. Wer davon ist der echte? Oh, mein Gott. Eine ganze Horde Almualims? Gar nicht gut. Ah, einer schon mal weniger. Okay, das war auf jeden Fall nicht der echte. So viel steht fest. Aber du alter, du alter Knochen kannst doch eh nicht gefährlich werden, oder? Glaube ich nicht. Wow. Aber er ist auch zack. Für sein Alter gar nicht so übel. Ich muss schon fast Respekt zollen. Zack. Aber du warst leider auch nicht der echte. Sonst wäre es das gewesen. Na, kann ich dich mal an die Seite schubsen? Nein, das klappt leider nicht. Mist. Und dafür, dass er Angst hat, ist es aber seltsam, dass er alle nach vorne schickt. Außer sein wahres Ich. Aber irgendeiner von denen wird es schon sein. Verdammt, der macht aber auch gut mächtig Schaden. Ich muss aufpassen. Geißen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Gute Idee. Wurfmesser. Nein. Aber Wurfmesser ist ein gutes Stichwort. Nein. Nein, 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 nein. Komm schon, versucht's. Ah, ah. So nicht, Freundchen. So nicht. Ah, ah. Mist. Arrg. Ich muss meine Umgebung zum Vorteil nutzen. Okay, ich glaube, ich gehe doch lieber aufs normale Schwert. Ich darf mich nicht so einkreisen lassen. Zack. Okay. So, gibt's mir jetzt noch was auf die Zähne. Ah, Mist. Auf der Treppe sehe ich nicht, wann die angreifen so gut. Seht ihr? Dann verbargen die so ein bisschen. Ah, Mist. Das Timing ist das Timing. Scheiße. Das sind noch so viele und ich habe jetzt schon so viel verloren. Seht ihr, was die auch für Kombos drauf haben? Das ist unmöglich. Also nicht unmöglich, aber schwer. Ich glaube, ich glaube, den Kampf kann ich jetzt schon knicken. Ja, ich glaube, ich lasse mich am besten töten, oder? Und mach's nochmal. Diesmal besser. Dass sie alle auf einmal die Fäuste drin haben. Mann, Mann, Mann. Erster Schritt. Wegrennen. Und dann. Hey, das hat geklappt. Das tötet sie sogar. Mist. Okay, renn. Renn, Alter, ihr. Nein. Schnell, da lang. Jetzt folgen sie mir ein Stück weit. Jetzt springe ich wieder runter. Jetzt kann ich wieder ein paar abwerfen. Nein. Nein. Verdammt. Schade. Ich dachte, es klappt. Ah. So, ein bisschen was auf die Fresse. Komm schon, versucht's. Ah, sehr gut. So leicht bin ich nicht zu besiegen. Ja, immer schön doppelt und dreifach angreifen, ne? Das könnt ihr. Dafür sonst nichts. Ah, ah. Er sollte schon längst das Schwert ziehen. Geht doch. Komm schon, ich muss kontern. Genau. So was muss da hin. Ja, einmal hinein. Ja. Kontern ist mit meine besten Optionen. Ja. Ja, einer weniger. Ah, ah. Ah, ah. Komm, komm her. Komm her. Zu den anderen. Ah, Mist. Da wehrt er sich wieder gegen. Es sind nicht mehr viele. Was war das? Nein. Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den Letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Hahaha. Sag mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieß sie mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Ah. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templer-Schatz. Dieser Eden-Splitter. Dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie im Bein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das Illusionen allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah. Nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen, und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Und wie ich das war. Und ich werde es auch weiterhin sein. Na, wo ist er? Was? Ihr wart die ganze Zeit überbringt. Und werdet es immer sein. Verdammt. Was soll ich jetzt dagegen machen? Ich sehe nichts. Werden sie anonym? Wie soll ich das denn machen? Ich war blind, meinte er. Verfass ich was? Muss ich irgendwas sehen? Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn finden. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Irgendwo muss er doch stecken. Da unten. Ja, ich dachte, ich probiere es mal. Ah, ah. So nicht. Steckt er sich schon wieder? Ach, jetzt teleportiert er sich hin und her, wie er will? Oder macht er es überhaupt? Vielleicht lässt er wieder nur meine Gedanken rumspielen. Und das stimmt gar nicht. Feige Sau. Er ist so feige. Er hat nichts drauf. Na, wo ist er? Da hinten wieder. Das kennen wir doch schon. Ja, komm, greif an. Versuch's doch, Opa. Du hast keine Chance. Das weißt du, ne? Nein. Oh, er versucht sogar. Und schafft es fast. Na, hat er das weh? Und schon wieder flüchtet er. Hey, aber diesmal hat er mich nicht betäubt. Dann selbst ein mächtiges Artefakt reicht nicht aus, um mich zu töten, ha? Ja! Geschafft. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen, Weisheit, Torheit und Nachteil. Okay. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was ist das? Zerstört es. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Ich... Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter ihr. Aber ihr werdet nicht. Wir haben es. Und dann? Hey! Was passierte dann? Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach rein spazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe ihn in den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht zu gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Wow. Wow. Okay. Was sehe ich da für Dinger? Ist das das Illuminatenauge? In der Pyramide? Zahlen? Ist das Nachrichten? Warte mal. Ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht kann ich das besser lesen. Was ist das? Oh Gott. Ich glaube, das ist ein Code. Den kann ich doch nie entschlüsseln. Hier sind überall Sachen. Wieso kann ich die auf einmal sehen? Hey, das Symbol kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo her habe ich das schon mal gesehen. Alles voll. Warte mal. Da ist schon auch was am Boden. Große Buchstaben. Was? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht entziffern. Tja. Durch die Tür komme ich eh nicht durch. Was soll ich machen? Dort hinten ist auch alles voll. Oh Mann. Ich denke mal nicht, dass das irgendwie fluoristierende Stifte sind, ne? Das wäre ja ein bisschen zu billig. Was zum... Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit dem passiert? Was hat das zu tun? Ich habe in den Abels und nie zurückgekehrt. Und das war's. Und so endet Assassin's Creed. Ein gutes Spiel. Kein Hammerspiel muss ich sagen. Es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Aber es kann meines Erachtens nach echt nicht mithalten mit den Nachfolgern. Und von daher will ich an der Stelle auch gar nicht viel groß sagen. Außer dieses Spiel hat Spaß gemacht. Dieses Let's Play hat mir Spaß gemacht. Das aufzunehmen. Es gab zum Ende hin ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Die ich ja dann aber doch halbwegs rumkriegen konnte. Und von daher... Ich kann euch nur sagen. Wenn euch das Spiel schon gefallen hat... Oh, dann wisst ihr... Dann habt ihr gar keine Ahnung, was euch mit Assassin's Creed 2 erwartet. Eine noch geilere Story, geilere Steuerung, geileres Gameplay. Eines der besten Settings, das je für ein Spiel auszutut wurde. Nämlich die verdammte Renaissance, die ich so verdammt nochmal liebe. Und sie auch so gut und so dermaßen atmosphärisch dargestellt wurde. Und wird wie noch nie zuvor in einem anderen Spiel. Und ich denke mal, ich kann diese Credits abbrechen. Und werde dabei... Ich wollte nur gucken, ob danach noch irgendwas kommt. Irgendwie... Naja, sieht nicht danach aus. Von daher würde ich einfach mal sagen... Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Wenn es dann nämlich den Nächsten heißt... Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.